Jeder von uns hat sie. Träume, Wünsche, Ziele. Gut, wenn man jemanden an seiner Seite hat, mit dem man seinen Lebensplan verwirklichen kann. Unsere Mitarbeiter, die Ihnen mit unserer genossenschaftlichen Beratung den Weg ebenen. Doch bevor wir Ihnen dabei helfen können, müssen wir erst einmal wissen, was Sie für die Realisierung Ihrer Wünsche benötigen. Was ist Ihr Beruf? Wie ist Ihre Einkommenssituation? Und was sind Ihre Ziele? Wir Genossenschaftsbanken setzen auf Gespräche auf Augenhöhe und einen umfassenden Blick auf Ihre finanzielle Situation. Unsere Mitarbeiter leben in derselben Region wie Ihre Kunden und Mitglieder und wissen also, was die Menschen bewegt. Sobald wir uns gemeinsam mit Ihnen einen Überblick über Ihre Liquidität, Ihre Vorsorgeaktivitäten und Ihre Absicherungssituation verschafft haben, suchen wir gemeinsam eine passende Finanzierungsmöglichkeit aus. Zum Beispiel könnte das ein individueller Finanzierungsplan sein, der alle Ihre Erwartungen erfüllt. Eine flexible Tilgung, Zinssicherheit und staatliche Förderungen. Dafür müssen Sie an einige Unterlagen denken, wie Einkommensnachweise und Dokumente anderer finanzieller Verbindlichkeiten. Wir prüfen diese Unterlagen und stellen so Ihre Kreditwürdigkeit, die sogenannte Bonität fest. Bei uns entscheiden keine Maschinen, die sich nur auf trockene Zahlen und Fakten verlassen, sondern immer die Mitarbeiter aus Ihrer Region. Ist Ihre Bonität gewährleistet, kommt der große Moment. Sie erstellen mit Ihrem Berater Ihren individuellen Kreditvertrag mit allen Informationen zur Laufzeit, dem Zinssatz und den Rückzahlungsregelungen. Träume, Wünsche, Ziele. Sprechen Sie doch einfach mal mit Ihrem Berater über Ihre persönlichen Pläne und besuchen Sie uns in einer Filiale in Ihrer Nähe.